So, das sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Wir haben letztes Mal hier die Königin Loretta gelegt. Ha! Diesmal die echte, nicht den Geist. Der Geist war ja damals im Haus Carrier. Sondern diesmal war das die echte. Okay, jetzt geht das hier irgendwie weiter. Wow, cool, diese Türme. Alter, ist das hier wieder so eine Riesengeschichte, ne? Leiter runter. Uh, was für eine Leiter. Ha! Das ist ein Aufzug. Hier geht es hoch. Keine Gegner. Nur eine Kiste, eine Schatztruhe. Oh, alter Drache, Schmiedestein. Yes. Ist schon geil. Ist schon nice. So, dann gehen wir runter und dann nehmen wir mal diesen Aufzug. Wie sagen. Oh, der Pahel. Der Pahel. Cool... Hammer, ne? Hammer! Jetzt kannst du dich hier einfach hinsetzen und einfach nur gucken. Die ganzen Details super schön, vollatmosphärisch. Ich liebe es. So cool. Oh, der Gnade. Oh, wie geil das aussieht. Echt. Epik, epik. Alles voll mit Gegnern. Ist noch Loot, was? So, da ist ein Gegner, da ist Ort der Gnade. Ich lauf mal rein. Ja, das war's schon mit dem Reinlaufen. Ich mach dich jetzt weg. Oder du machst mich weg. Was machen die alle für Scham hier? Ist das denn so gewollt? Ist das denn so gewollt, dass die hier so Schaden machen? Da kann man bestimmt auch runter. Das würden wir auch überleben. Da läuft einfach so ein Avatar. Da war auch das ganze Spiel ein Boss. Und jetzt läuft der hier einfach rum. Gehen aber hier erstmal gucken. Was könnt ihr denn? Was ist das denn für eine Rüstung? Ah, so eine Ritterrüstung. Warte, ich mach dich mal. Super, so funktioniert das. Ah, die explodieren? Okay. Die explodieren. Du Sack. Du Sack, du. Das ist doch schön, dass du hier die Rüstung schon von dir gekriegst. Das ist doch schön. Aie, 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 aie. Eine Rune Sehr gut, echt Also bis jetzt dachte ich immer, ich wäre überpowered Aber Bin ich nicht Ja, wo ich jetzt hier an dieser Stadt gekommen bin Ist halt alles auf jeden Fall schwieriger Warte, hier geht es auch noch runter Alter Jetzt mal gucken wir hier Fall nicht runter Dann wohlt hier auch noch ein bisschen Aua, aua, aua Alter Alter Hast du es denn bald Der macht mich Platz Ha Der ploppt alles, was ich mache So, hier ist Ende Dann geht es da runter Was für ein Sack Was für ein Sack Der hat da nur was Genau Hier würde es auch rüber gehen Dann darüber springen Keine Ahnung Es ist ja riesig hier Alles so groß Wir gehen hier weiter Dann machen wir mal die zweite Etage Ah Wow Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Okay Die haben nichts mitgekriegt Was hat er da Ich spiele durch ein 7 Boah Ei Der haut zurück Der blockt Weg Weg Ei 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 Ganz heikle Geschichte hier Oh da kommt noch einer Was? Zwei sogar Nein So Einzelne ist okay Aber zu zweit Erhoff damit Komm jetzt Komm hier rein Alter 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 Ja 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 So Untersuchen Bitte ja Ja Dreifache Lichtdrenger Auch so ne Anrufung Ja 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 Schmiedestein 7 Daddy Getroppt Achso Die Soldaten Dann kann man die Farmen ja Ne Die 7 Da Den Silber Und den Skarabeos Okay Da geht's Nach Unten Wir können Von hier Nicht nach Unten Da geht's Auch Noch Rein Wir müssen Wir müssen Hier rein Oder was Wir müssen Den hab ich Noch nicht Gemacht Warte Ich steh Niemals Mal gucken Ich will erstmal Hier rein Den offiziellen Weg Nicht gut Nicht gut Sind zwei von denen drin Oder drei Was sieht er mich Jetzt hier oben Die hab ich schon Deine Rüstung Alter Was Nein Nein Heilen 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 Oh Shit Nein Warte Alter Jetzt reicht's mir Jetzt Jetzt mach ich auch Warte Alter Ich krieg nur aufs Maul Weg Warte Gnade Sofort Hier Oh nein Sackgasse Aber da kommt nicht rein Warte Alter Was ist das für eine Aktion Jetzt Äh Heilen Wenn ich mich so Ducke Boah Guck mal was er mit mir macht Was ist das denn für einer Was ist das denn für ein fieser Alter Echt Oh nein Jetzt noch eine vergiftete Auch das noch Echt Alter was ist denn hier Los jetzt bitte Alter Heilen Äh das hört ja gar nicht mehr auf Weg jetzt die alle Alter Übel Aktion Ist das Google hier Ich bin durch dein Sex Ellen Was ich kann mich nicht mehr heilen Ich sterbe jetzt Nein Nein ich sterbe Äh das hier nehmen Hatte ich nicht irgendwie so Ausrüstung Warte Zack Zack War das irgendwie Sowas Äh und dann hier gegen Gift Oder so Hilft das Das hilft auch gegen Scharlach Das Oder Das hilft nicht gegen Scharlach Nein Wir sterben jetzt Scheiße Wir sterben Wir haben nichts zu heilen Warte ich hab ja noch so eine Dringende Heilung hab ich noch Eine dringende Heilung So ein Shit Guck mal wie langsam die Scharlach Fäule weg geht So wenig haltet er sich Nein Nein Wir sterben jetzt Ja Wir sterben eh Shit Krass Krass Das Gebiet Aber wir machen ja Kurze Pause Danke Und bis gleich Ciao